Moin Moin Seekräuter, willkommen zum Ausblick und zwar zum ganz kurzen Expressausblick für die Ohio. Kurzfristig angekündigt von Wargaming jetzt im Supertest oder geht jetzt in den Supertest. Ein neues T10 Schlachtschiff der Amerikaner, quasi eine Abwandlung der Montana, wenn man dazu sagen möchte. Die Ohio, die dann sozusagen so ein bisschen auch die Nachfolgervariante der Georgia sein soll. Selber Spielstil, große Sekundärreichweite, große Hauptbatteriegeschütze, 457 Millimeter sollen da wieder drauf sein. Und wir wollen euch jetzt einfach mal so ein bisschen einen Vergleich zur Georgia anstellen. Ich weiß, die Werte ja größtenteils alle aus dem Kopf bei der Georgia und ja, kurzer Hinweis noch, wenn ihr euch für die Georgia interessiert, guckt gerne unsere Schiffseinweisung. Da gibt es Gameplay, da gibt es alles kompakt in einem Video und ja, findet ihr bei uns auf dem Kanal wahrscheinlich jetzt gerade sogar in einer großen Anzeige an der Seite irgendwo auf der Hauptseite. Jetzt aber zu Ohio. Also, selbes Konzept soll es sein. Am Ende fangen wir hier an. 96.300 Trefferpunkte. Da sind über 20.000 Trefferpunkte mehr als die Georgia. Hat 22 Millimeter Panzerung. Soll das Ding geben? Ich bin gespannt, was nachher tatsächlich vor der Zitadelle ist und wie das hier an der Seite so allgemein aussieht, wie das deckgepanzert sein wird. Weil das wird den Charakter des Schiffes so ein bisschen ausschlaggebend sein. Kann man damit eher nach vorne fahren? Ist es wirklich gut für die Mittelstrecke geeignet oder ist es dann doch relativ gefährlich, weil man da relativ viel an Schaden einsteckt? Umso kleiner das Deck gepanzert ist. Ihr wisst das mit den IVE-Skills und den HE-Schleudern und so weiter. Das nervt dann nachher ein bisschen. Dann geht es weiter. Hauptbatterie. Vier Türme, A2-Rohre, 457 Meter. Ich habe es schon gesagt, Reichweite ist größer, nämlich 1,6 Kilometer weiter. Wir kommen dann 21,6. Die Granaten-Brandwahrscheinlichkeit, AP-Alpha-Damage-Nachladezeit ist identisch. 26 Sekunden. 180 Grad Drehzeit ist schneller, nämlich 15 Sekunden schneller, runter auf 30 Sekunden. Wie gesagt, Work-in-Progress. Ihr seht es ja oben auch eingeblendet. Und ja, dann die maximale Streuung. 230 Meter. Das ist dieselbe Streuung wie auf der Georgia sozusagen, also die horizontale. Das liegt einfach nur daran, dass das Schiff halt weiter schießt. Ihr müsstet ja immer ein Verhältnis setzen zur Kampfreichweite, weil die Werte, die da angegeben sind, sind in maximalsten Kampfreichweite. Die Mündungsgeschwindigkeiten AP-HE sind unterschiedlich, genau wie bei der Georgia, identische Werte. Dann gibt es wieder noch einen Buff oder eine Verbesserung sozusagen. Sigma 1,9. Das ist 0,1 Punkt besser. Das ist relativ viel schon, wenn man das mal so ins Verhältnis setzt. Einen Hinweis noch. Ich habe hier nur ein Foto für euch. Wir haben das Ding nicht im Hafen. Wir haben es leider nicht in 3D. Anders ist es im Moment nicht möglich. Aber mir war ein innerliches Anliegen, dieses Video für euch zu machen. Ja, weil es einfach auch mich total überrascht hat, dass jetzt plötzlich noch eine Ohio angekündigt wird, auf demselben Spielstil sozusagen. Gehen wir gleich weiter. Sekundärbewaffnung. 10 Geschütze. A2 Rohre. 127 Millimeter. Gleiche Reichweite. Anfangsgeschwindigkeiten. Alles soweit identisch. Ich kann jetzt nichts anderes finden. Bei der Brandwahrscheinlichkeit bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die Brandwahrscheinlichkeit bei der Georgia war geringer mit nur 5%. Hier werden 9% angegeben bei der Georgia. Dann gibt es Flakverteidigung. 3 Zwiebelringe. Kurz, Mitte, Langstrecke. Höhere Trefferpunktwahrscheinlichkeit. Also die Trefferwahrscheinlichkeit der Flak. Ich will jetzt nicht in die Diskussion, was die Trefferwahrscheinlichkeit eigentlich wirklich ist und so weiter. Das ist nämlich eigentlich ein anderer Wert. Wird anders angewandt. Gibt es jetzt erst eine Unterhaltung im Forum. Andere Sache. Aber kontinuierlicher Schaden. 652 Punkte pro Sekunde. Bei der Kurzstrecke bis 1,5 Kilometer. Dann geht es 1,5 bis 4 Kilometer Mittelstrecke. 452 Trefferpunkte pro Sekunde. Und dann gibt es natürlich noch die Explosionen. Nämlich 6 Stück. 1190 Trefferpunkte. Und bei der Langstrecke haben wir 8 Salven mit den Explosionen. Da sind es dann 1680 Trefferpunkte. Kontinuierlicher Schaden. 277 Punkte in dem Bereich. Bis 6 Kilometer dann hoch. Ja. Das heißt, wir haben auch 200 Meter mehr Flak. Also wir fangen zeitiger an zu ballern. Die Sektorverstärkung und so weiter ist alles soweit identisch. Und jetzt kommen wir wieder zu einem Unterschied. Nämlich die maximalen Geschwindigkeit. Und die ist 5 Knoten langsamer als bei der Georgia. Wir haben nur 28 Knoten. Und der Wendekreis ist auch 60 Meter länger. Also 950 Meter. Oder Stellzeit ist die Ohio dann auch schlechter. 2 Sekunden ungefähr über den Daumen. 18,6 ist da der Wert. Bei der Oberflächenerkennbarkeit. Bei der Luft. Und bei der Erkennbarkeit nach dem Feuern von Hauptgeschützen in Nebel. Ist natürlich alles an T10 Schiffe angekoppelt. 17,8 und 12,9. Das sind die beiden Werte zu Wasser und eben zu Luft. Ja. Dann geht es weiter mit den Verbrauchsmaterialien, die wir hier haben. Wir haben 3 Slots. Ein Schadensbegrenzungsteam, was unbegrenzt verfügbar ist. Also ohne Aufladung. Sondern einfach nur immer den üblichen Cooldown hat und so weiter. Dann gibt es eine Reparaturmannschaft. Und die ist anders als bei der Georgia. Bei der Georgia hatten wir ja diese Standard-Reparaturmannschaft, die nur 0,5 Prozentpunkte der Gesamtrefferpunkte pro Sekunde wiederherstellen konnte. Zumindest hat Potenzial hatte, wenn ihr denn so viel regenerieren konntet. Bei der Ohio wird es wieder so sein, dass der wieder der typische amerikanische Reparaturmannschaft da drin ist. Nämlich 0,66 Prozentpunkte der Gesamtrefferpunkte des Schiffes. Und das Ding ist dann 28 Sekunden lang aktiv. Cooldown sind 60 Sekunden beim Standardverbrauchsmaterial und 40 Sekunden beim Premiumverbrauchsmaterial. 3 und 4 Aufladung. Also das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache, dass ihr das so mitnehmen könnt. Und da kommt ja dann auch vielleicht Inspekteur rauf. Dann habt ihr sogar 5 Aufladungen. Ich glaube, das wird dem Schiff durchaus eine interessante Überlebensfähigkeit geben durch den geringen Cooldown. Dann gibt es in Slot 3 Jäger- und Aufklärungsflugzeug. Das könnt ihr euch dann auswählen, was ihr da haben wollt. Und was hier ganz klar fehlt, ist der Motorboost. Nämlich in Slot 4 gibt es den nicht. Ja, das Schiff bleibt also auf den 28 Knoten, kriegt Sierra Mike. Dann sind wir bei knapp unter 30 Knoten, was das Schiff fahren kann. Mehr ist dann nicht möglich. Ja, und das haben wir dann die ganze Geschichte schon durch hier bei der Ohio. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie ihr die Ohio findet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Meinung zu dem Dampfer ist. Findet ihr gut, dass es noch ein T10 Schiff, also eine Montana mit großem Kaliber gibt? Oder hättet ihr bei der Georgia bleiben sollen? Wie fandet ihr das allgemein, die Georgia vielleicht auch? Also wie ihr möchtet, schreibt einfach, was ihr denkt zu dem Dampfer hier und zu dem Thema. Ein Hinweis noch, alle Werte sind ohne Crew- und Upgrade-Modifier. Das heißt, es sind nur die besten verfügbaren Module eingebaut. Wir gehen davon aus, dass ein Premium-Schiff wird. Ich vermute persönlich meine eigene Meinung, es könnte vielleicht ein Stahlschiff werden. Gerade weil das T9-Schiff schon für Kohle verfügbar war. Also da mal so in die Richtung, da könnt ihr euch auch gerne nochmal zu äußern, was ihr davon haltet. So, das sollte jetzt aber gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben danach da lassen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet, würde ich mich sehr über ein Abo bei YouTube, Twitch, Facebook, Instagram, wo ihr möchtet, freuen. In dem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Haut rein, euer Secret-Team, euer Andi. Ciao, ciao. Ciao.